Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tonkatsu. Tonkatsu ist ein Rezept der japanischen Küche für ein frittiertes Schweinekotelett in würziger Soße. Nachdem Japan sich nach 1868 dem Ausland öffnete, erweiterte sich auch sein kulinarische Repertoire. Anglo-Indische Curries, Kararaisu, sind populäre Imbisse und es kommen auch Kroketten, Koroke, auf den Tisch. Seit 1880 entstanden Restaurants, die westliche Speisen servieren, mit Fleisch, Fett und Öl, die allerdings dem japanischen Geschmack angepasst sind. Die Worcestershire Sauce wurde in diesen Gaststätten unentbehrlich, weil sie als westliches Pendant zur Sojasauce galt. Gerichte, die in westlichen Kochbüchern in der Pfanne gebraten wurden, werden in Japan frittiert. So wie Tempura. Das japanische Wort Katsu ist eine Verfremdung des englischen Cutlet-Kotelet. Ursprünglich handelte es sich um Rindfleisch, doch daraus wurde um 1900 Schweinefleisch, das damals in Japan beliebter war. Außer Tonkatsu, Schwein, und GYU-Katsu, Rind, gibt es auch Hamukatsu, mit Schinken, Engel, Hem, und Minchukatsu, mit Hackfleisch, Engel, Minst. Die Soße im folgenden Rezept ist eine schnelle Haushaltsvariante des ursprünglichen Rezeptes. Darin wurde eine japanisierte Form der Worcestershire Sauce zu den frittierten Schweinefilets serviert, die Uzuta-Sosu. In Japan ist diese in Flaschen verpackt erhältlich, hier wird man sie selbst herstellen müssen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 4 x 120 g Schweinefilet Salz und Pfeffer nach Geschmack Für die Panade Weizenmehl-Type 405 2 Eier, verquirlt Panko oder Semmelbrösel Für das Frittieren 0,5 bis 1 Liter neutrales Öl Für die Soße 125 ml Tomatenketchup 1 Teelöffel Senfpulver 1,5 Esslöffel Worcestershire Sauce 1 Esslöffel japanische Sojasauce 1 Teelöffel Mirin Fürs Garnieren China Kohl Folgende Utensilien werden benötigt Kochmesser, Schneidebrett, Schüsseln, Plattiereisen, Küchenpapier, 3 Teller, Wok oder tiefe Pfanne Zubereitung Vorbereitung Soße alle Zutaten für die Soße miteinander mischen. Diese mindestens zwei Stunden ziehen lassen. Das kann im Kühlschrank stattfinden, doch wenn sie serviert wird, muss die Soße auf Raumtemperatur sein. Garnitur den Kohl waschen und, kurz bevor das Fleisch paniert wird, in Streifen schneiden. Zubereitung Panade sollte kein Panko erhältlich sein, oder es zu teuer sein, kann man auch normale Semmelbrösel verwenden. Fleisch den Fettrand der Filets an einigen Stellen einschneiden, sodass sie beim Erhitzen nicht zusammenrollen. Etwas plattieren, aber nicht so fest wie bei einem Schnitzel. Die Filets sollten nicht dicker sein als einen Zentimeter. Trockentupfen mit Küchenpapier und mit Salz und Pfeffer würzen. Fertigstellung Panieren 3 Teller bereitstellen mit dem Mehl, dem verquirlten Ei und den Semmelbröseln. Jedes Filet wird paniert, unmittelbar, bevor es frittiert wird. Beginnen mit dem Mehl. Das Fleisch muss vollständig mit Mehl bedeckt sein. Dann das Fleisch etwas schütteln, sodass überschüssiges Mehl abfällt. Nun das Fleisch durch das Ei ziehen und schließlich auf den Teller mit den Bröseln legen. Auch jetzt darauf achten, dass das Fleisch vollständig mit der Panade bedeckt ist. Die Panade fest andrücken. Frittieren Es wird zwar von Frittieren gesprochen, doch eine Fritteuse ist in der japanischen Küche nicht erforderlich. Es kann eine tiefe Pfanne verwendet werden oder ein Wok. Wie auch immer, nicht die beste beschichtete Pfanne oder Wok verwenden. Hier ausreichend Öl hineingießen, sodass das Fleisch in der Länge vollständig vom Öl bedeckt ist. Das Öl auf 180 Grad Celsius erhitzen. Die panierten Filets einzeln frittieren, beidseitig jeweils eine Minute. Eventuell die frittierten Filets in einen auf 80 Grad Celsius erhitzten Ofen legen, um sie warm zu halten. Aufschneiden Vor dem Anrichten die Tonkatsu diagonal in Streifen schneiden. Servieren Tonkatsu gehört zur westlichen Küche in Japan, Yoshoku. Deshalb wird es zumeist auf einem runden Teller serviert, jedoch wohl mit Stäbchen gegessen. Damit das möglich wird, werden die Tonkatsu erst quer in schmale Streifen geschnitten. Auf jeden Teller wird erst eine Handvoll rohrgeschabter Kohl gelegt, darauf kommen die Tonkatsu-Streifen in der ursprünglichen Form. Dazu kommt ein Esslöffel Soße. Als Beilagen eignen sich Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!